Die negativen Inflationsüberraschungen und die daraus resultierende geldpolitische Wende hat dazu geführt, dass sich Vermögenspreise neu kalibrieren. Wir haben zunächst gesehen, dass spekulative Positionen sehr stark getroffen sind, also Positionen, die insbesondere davon gelebt haben, dass man geglaubt hat, dass die nominellen Zinsen nie mehr steigen. Dann auch die Neukalibrierung der liquiden Vermögenswerte an der Börse, Aktien und Anleihen im Gleichlauf und aktuell natürlich auch die Neukalibrierung bei illiquiden Vermögenswerten, Stichwort Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und auch Venture Capital. Die Frage ist, kann sich das nochmal wiederholen? Also sprich, werden wir nochmal eine derart negative Inflationsüberraschung sehen, was wiederum zu einem Gleichlauf von Aktien und Anleihen führt? Wir glauben, die Argumente dafür sind eher schwach. Warum? Wir sehen, dass die Inflationsraten sich eher wieder nach unten anpassen und Anleger sollten ihren Blick nicht nur auf die Veränderungen zum Vorjahresmonat richten, sondern auch auf die Monatsveränderungen. Und das sehen Sie entsprechend dann auch hier dargestellt. Die Inflationsraten haben wohl ihren Scheitelpunkt gefunden. Hier die Eurozone, 9,2% der jüngste Wert, aber die Kerninflationsrate immer noch bei 5,2%. Und was natürlich auch der Europäischen Zentralbank Sorgen bereiten dürfte, ist, dass zwar die Inflation inklusive Energiepreise im Monatsvergleich nachgegeben hat um 0,3%, aber die Kerninflationsrate immer noch 0,6% positiv. Das heißt, was wir gesehen haben, sind zum einen, dass wir keine geldpolitischen Überraschungen mehr sehen werden. Diversifikation wird wahrscheinlich wieder besser funktionieren, aber Anleger sollten darauf achten, dass noch nicht alle Schäden sichtbar sind. Stichwort Neubewertung bei Immobilien. Was heißt das für verpackte Produkte wie offene und geschlossene Fonds? Was sehen wir vielleicht im Bereich Private Equity und Private Debt noch, sodass wir in der Konsequenz uns klar machen müssen, dass die sorgfältige Analyse weiterhin noch ein wichtiger Bestandteil ist und dass man keinesfalls das Jahr 2022 fortschreiben sollte. Wahrscheinlich wird Diversifikation besser funktionieren, aber speziell bei den illiquiden Investments gilt es auch im Geteil zu betrachten, was ist bereits in den Preisen, die man vielleicht aktuell im Reporting sieht, in den Preisen, die man vielleicht aktuell bezahlt, wenn man sich an laufenden Investments beteiligt. Was ist da bereits eingepreist, was ist vielleicht noch nicht eingepreist, um hier nicht noch Bewertungen zu bezahlen, die vielleicht im aktuellen Zinsniveau gar nicht mehr zu begründen sind. Also das mit Sicherheit noch ein wichtiges Thema für all diejenigen von Ihnen, die sich auch bei illiquiden Vermögenswerten wie Immobilien, Private Equity und Infrastruktur beteiligen wollen oder dieses Thema im Portfolio-Kontext aktuell zu bewerten haben. Ich darf Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.